Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Hoi zusammen, wir sind gerade hier. Zwei Tage im Turin und schon unterwegs am Spot suchen, wo wir aufnehmen können, mit wem und was wir aufnehmen können. Jetzt ist sie gerade am Kartenlesen, weil sie muss ja wissen, dass es geht. Ja, das ist Jenny und sie ist eigentlich auf uns zukommen, weil wir sind gerade in einer Autobahnrandstätte und sie hat gefragt, ob wir auf Genua fahren. Und dann haben wir gefunden, ja, aber komm doch einfach mit und mach mit in diesem Clip. Und dann bist du nachher erweitert und jetzt bist du auf der Durchreise. Ja genau, also Genua und dann wollte ich eigentlich die Fähre nehmen, irgendwie auf der Insel vielleicht. Wir haben gesagt, ja, wir gehen ein bisschen wandern und so. Und ich habe gesagt, okay. Ja, Jenny, wie ist es für dich? Ich meine, du hast dir mit vollem Vertrauen und du hast einfach gesagt, ja, okay, ich komme mit. Und das hast du gar nicht gesagt, was sie genau machen. Ja, ne, das war ja auch das Schöne. Also meine ganze Reise besteht ja aus Überraschung. Ja, genau. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, bei euch zu sein und das Mittag zu machen. Ein sehr, sehr schades Gewalt in Genua. Und ich habe es nicht mal bezahlt für das. Doch, einen Kaffee habe ich bekommen. Ah ja, stimmt. Ich habe dir den Song gezeigt oder zum Hören. Hast ihn zum Hören gekriegt. Wie hat es dir gefallen? Ja, total. Macht echt richtig gute Laune. Also ich verstehe zwar nicht so viel schweizerdeutsch, aber... Aber die Geschichte, du weisst, um was es geht, oder? Ja, genau. Um Neu-Marie, die Buenos Aires, Neu-Zeeland, genau. Und die dann kein Lied konnte, aber eins. Und das hat sie dir vorgespielt. Und das war melancholisch. Weiß ich schon sehr lange nicht mehr. Ist es jetzt schon viel Style? Ja, ich habe... Nein, nein, nein. Jetzt bist es richtig. Ich habe das Gefühl gehabt, es hat dann Heimweh, Und dann kriegst du selber auch ein bisschen Heimweh. Ich glaube, wir müssen jetzt mal was machen, oder? Der Markus da mal. Schöne Gompon, ja. Aber ich weiss, was du meinst, da und gehör im Allager von der Heimatkreis. Ich sehe so, so schön da, doch manchmal lang ist heim, und es geht, sonst ist immer da, Millionen von Metern, doch ich habe das Gefühl, ich sehe genau dort nur Marie. Die Melodie, sie macht mich zunder, und ich werde aufziehen. Marie, oh, 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 Marie. Sing doch mal die Melodie. Marie, oh, 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 Marie. Das muss Heiliger sein. Marie, oh, 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 Marie. Vielen Dank.